Die große Stadt. Alle leben Haus an Haus. Darunter auch Familie Maus. Mama, Papa und der kleine Janni. Papa, Papa, bitte geh mit mir aufs Dach. Warum bist du denn so aufgeregt und aufs Dach? Was willst du denn auf dem Dach? Ich will den Sternenhimmel sehen. Wie wäre es denn, wenn wir übers Wochenende mal aus der Stadt hinausfahren und uns ansehen, wie der Nachthimmel auf dem Land ohne den vielen Lichtern der Stadt aussieht? Oh, das wäre toll. Passt. Dann machen wir einen Ausflug. Da oben sind ja so viele Sterne. Was ist denn das? Der Mond? Der Mond ist kein Stern, Janni. Was ist er denn dann? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Der hat ja Löcher. Käse. Wie bitte? Irgendwie sieht er aus wie Käse. Sind da oben vielleicht andere Mäuse, die ihn heimlich anknabbern? Da müssen wir hin. Das müssen wir verhindern. Da brauchen wir schon eine Rakete. Dann bauen wir uns doch eine Rakete. Und mit lautem Getöse geht es in den Weltraum. Aaaaaah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020